Die Östgruppe mit Sitz in Freudenstadt ist ein mittelständisches Familienunternehmen und kann auf eine 100-jährige Tradition zurückblicken. Das Georg Öst Mineralölwerk wurde 1915 gegründet und ist heute mit einer Kapazität von 20.000 Jahrestonnen ein bedeutender Hersteller von Schmierstoffen und chemischen Produkten für die Industrie. Ein weiterer Produktionsstandort befindet sich in der Schweiz. Ein zusätzliches wichtiges Standbein ist das kontinuierlich gewachsene Tankstellengeschäft unter der Marke Avian. Regional ist die Östgruppe vor allem als zuverlässiger und vielseitiger Energie- und Treibstofflieferant bekannt. Neben dem Kerngeschäft gehört zur Firmengruppe auch der Öst-Maschinenbau, der auf Anlagen zum Pumpen, Mischen, Dosieren und Auftragen von Klebstoffen spezialisiert ist und in diesem Bereich zu den Weltmarkt führen zählt. Schmierstoffe, Energie und Maschinenbau, das sind die Tätigkeitsfelder der Östgruppe. Geprägt von ständiger Innovation, aber auch traditionell der Kundennähe verpflichtet. Das unterscheidet uns in sympathischer Weise von Großkonzernen. Zu unseren Marken in den verschiedenen Geschäftsbereichen gehörten neben Öst und Avia auch die Traditionsmarke Östol für die Freunde klassischer Oldtimer. Weitere Marken der Östgruppe sind unter anderem Ökomix und Ökokraft, die umweltfreundlichen Sonderkraftstoffe für den Garten- und Forstbereich. Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von maßgeschneiderten Schmierstoffen für die Metallbearbeitung. Das ist die Kernkompetenz des Georg-Öst-Mineralölwerks. Wir liefern Öle für die zerspanende Bearbeitung und für die Metallumformung. Als Vollsortimenter umfasst unser Produktportfolio auch ein breites Spektrum an weiteren Schmier- und Prozesshilfsstoffen für den industriellen Einsatz. Zum internationalen Kundenkreis von Öst gehören neben namhaften Automobilherstellern und deren Zulieferern auch Unternehmen aus vielen weiteren Branchen. In unserem modernen Forschungs- und Entwicklungslabor in Freudenstadt sorgt ein erfahrenes Team von Spezialisten für innovative Lösungen. Neue Schmierstoffe werden getestet, Lösungen zur Prozess- und Kostenoptimierung werden umgesetzt. Vor der Freigabe werden die Produkte in Feldtests und auf Prüfständen ausgiebig untersucht und bewertet. Als Lieferant der Automobilindustrie verfolgen wir das Null-Fehler-Prinzip in allen Produktbereichen. Unsere Qualitätssicherungssysteme und die kontinuierlichen Verbesserungsprozesse setzen Maßstäbe. Hochwertige Basisöle und Additive durchlaufen moderne Herstellprozesse, die einer ständigen Überwachung unterliegen. Hohe Sicherheits- und Umweltstandards sind ebenso selbstverständlich wie die ständig optimierte Energieeffizienz. ÖST entwickelt moderne und zukunftssichere Schmierstoffe unter Ausnutzung aller verfügbaren Ressourcen und immer unter dem Aspekt der Umwelt und Humanverträglichkeit. Produkte basierend auf nachwachsenden Rohstoffen und Dienstleistungen rund um den Schmierstoff vervollständigen das Portfolio. ÖST ist Gründungsgesellschafter der deutschen Avia und betreibt einen Teil des Netzes in Süddeutschland. Insgesamt werden mehr als 2500 Stationen in Europa unter der Flagge der Avia betrieben. ÖST ist auch Energiehändler und beliefert Industrie- und Gewerbekunden mit Kraftstoffen, Pellets, Heizöl, Erdgas und Strom. Die ÖST Tankstellengesellschaft bietet alle gängigen Kraftstoffsorten an. Ebenso Erd- und Flüssiggas sowie auch Ladesäulen für die steigende Anzahl an Elektrofahrzeugen. Für die Mobilität heute und in Zukunft. Die Marke Avia steht für moderne und umweltfreundliche Servicestationen, die neben Shops, Waschanlagen und Werkstätten auch ansprechend gestaltete Bistro-Bereiche bieten. Verkaufsflächen und Regalbereiche zeichnen sich durch modernes Design aus, damit der Aufenthalt bei Avia auch zu einem Einkaufserlebnis wird. Betreiber und Mitarbeiter werden intensiv von uns geschult. ÖST ist ein starker Partner rund um die Tankstelle. Servicefreundlich und leistungsstark, das sind die Merkmale unserer Avia Tankstellen. ÖST Maschinenbau, ein weiterer Geschäftsbereich der ÖST Gruppe, entwickelt und produziert Anlagen zum Pumpen, Mischen, Dosieren und Auftragen von Klebstoffen, Lacken und anderen chemischen Verbindungen. Unsere technologisch führenden Anlagen arbeiten im Ingenieurholzbau, bei der Herstellung von Plattenwerkstoffen und in der Möbel- und Türenindustrie. Wir liefern auch automatische Auftragsanlagen für die Großflächen- und Konturbeleimung im Fahrzeug- und Karavanbau sowie für die Sandwich-Elemente-Industrie. Alle Maschinen werden bei uns entwickelt und gebaut. Mit modernster CAD-Technik entstehen Lösungen für heutige und zukünftige Produktlinien. Flächen- oder Keilzinkenbeleimung, Ein- oder Mehrkomponententechnik. Wir liefern und installieren die passenden Anlagen exakt auf dem Produktionsbedarf abgestimmt. Als Einzelanlage oder eingebettet in vollautomatische Fertigungsstraßen. ÖST Maschinen sind international gefragt. Die Exportquote liegt bei über 80 Prozent. Wir sorgen für feste Verbindungen. Nicht nur bei Holz, auch bei Glas, Kunststoff und Metall. Die ÖST Gruppe. Grundlegend innovativ.